Also ich denke mir ja, dass der Nikolaustisch auch was bringt. So paar Süßigkeiten, ein Säckschen vielleicht, nicht von mich, nee, nee. Nee, das darf ich auch nicht sagen. Ein paar Süßigkeiten und vielleicht irgendwas Schönes. Du, ich wollte nur einen schönen Nikolaustag wünschen. Ja, das darf ich auch nicht sagen.